Wie schaffst du es eigentlich, dich in der heutigen Zeit, wo jeder nur auf den Stundensatz guckt, auf das Material guckt, diese Sachen einfach vergleicht, wie schaffst du es sich da weiterhin abzuheben und auch Sachen oder Preise durchzusetzen, die die anderen vielleicht gar nicht durchsetzen können und auch wirklich Geld damit zu verdienen. Daumen geht's in dem Video, viel Spaß dabei. Erstmal herzlich willkommen jetzt im Video, mein Name ist Alex, Geschäftsführer von A&M und ich habe jetzt heute was Besonderes für dich, weil es geht um das Thema Markenaufbau und viele unterschätzen das immer, viele schauen ja immer, wo bin ich sichtbar, wie bin ich sichtbar, wie viele Einblendungen bekomme ich da, welches Geld bezahle ich dafür, aber worum es ja eigentlich ursprünglich mal geht, ist wirklich zu sagen, ich habe eine Marke, die ich aufbaue, nicht nur mit viel Reichweite, Reichweite bringt natürlich Bekanntheit, aber wofür bin ich eigentlich bekannt, also was ist das, was ich nach außen zeigen möchte und das ist die Marke eben und zu einer Marke gehört auch mehr dazu als nur ein Logo und schöne Farben und Name und vielleicht noch irgendein knalliger Spruch, da gehört deutlich mehr dazu, da gehört dazu Gefühle, Sachen wofür man steht, Sachen wogegen man steht und hier ist einfach ganz wichtig, es gibt hier kein richtig oder falsch, jeder kann seine eigene Marke sein, der eine sagt, Ikea zum Beispiel sagt, okay, wir sind halt einfach wahrscheinlich die Billigsten, vielleicht nicht die Allerbilligsten, aber sie sind auf jeden Fall sehr billig, da weiß ich, ich kriege eine vernünftige Qualität, die baue ich einmal auf, die kann ich selber aufbauen, das steht alles, das habe ich da meistens vorrätig, kann ich abholen und wenn ich dann umziehe, weiß ich, kann ich es wegschmeißen, das gehört einfach bei Ikea dazu, das ist das Qualitätsversprechen und das ist auch in Ordnung. Dann gibt es andere Marken, USM zum Beispiel, das ist sehr, sehr hochwertige Schränke, die sind extrem teuer, da weiß ich genau, wenn ich mir das hole, das kann ich die nächsten 15, 20 Büros, die ich halt, wo ich halt umziehe, alle drei, vier Jahre, gegebenenfalls kann ich das halt mitnehmen und das wird immer noch wie nach Tag 1 aussehen, wenn ich es nicht kratze oder so. Und das sind alles Themen, die kommen mit der Marke schon mit und du merkst schon, wenn ich Ikea sage, verbindest du sofort im Kopf was damit. Jetzt frag dich mal, wenn du deinen Namen sagst, verbinde dir was damit? Wahrscheinlich nicht, vielleicht sagst du sowas wie Qualität, gute Leistung, vielleicht regionale Monteure, das juckt aber nicht wirklich viele Leute. Und es gibt tatsächlich auch Marken im Handwerk, wo man wirklich sagen kann, hey, da hat der Endkunde eine andere Assoziation als einfach nur, dass es der Handwerker, der für mich die Fliesen macht, der für mich die Elektrik macht, der für mich, keine Ahnung, die Möbel aufbaut. Das ist einfach jemand, da weiß ich, da steht noch was dahinter, da steht noch ein Gefühl dahinter, da steht noch irgendwas anderes dahinter. Und ein ganz krase Beispiel ist ja hier an der Stelle wirklich Apple. Also wenn man sich Apple anschaut, die können ja für ihr Handy das 3, 4, 5-fache von anderen Handys durchsetzen. Das ist aber nicht 3, 4, 5-mal so gut. Das ist vielleicht, ganz, ganz hochrechnet doppelt so gut. Ich meine, ich bin selber ein riesen Apple-Fan. Ich würde es mir auch immer holen, das wäre mir immer das Geld wert. Aber Apple ist mittlerweile auch, früher war es ja so, da waren die Rebellen, wo man gesagt hat, das sind die Leute, die Delle ins Universum schlagen wollen. Nur mittlerweile ist es so, wir haben über eine Milliarde Leute, die Apple gerät haben, wahrscheinlich noch mehr mittlerweile schon. Und das hat nichts mehr damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie der Rebell bin, sondern ich bin mittlerweile fast schon die Mehrheit oder zumindest mal keine Minderheit mehr. Und trotzdem ist diese Marke weiterhin sehr stark und weiterhin sehr präsent. Und alles, was die ja an Geld ausgeben, überträgt ja die Marke weiterhin. Das heißt, wenn du jetzt sagst, hey, du gibst im Jahr schon 20, 30.000 Euro aus zum Beispiel und du hast halt aktuell noch keine klare Markenbotschaft für dich entwickelt, und das ist nicht schwierig, eine Markenbotschaft zu entwickeln. Das dauert mal 3, 4, 5 Stunden, das zu machen. Nimm mal das ganze Team nochmal kurz mit, ob die das genauso sehen. Und dann kann man das in allen Medien, die man in Zukunft macht, ob das Zeitung, Radio, ob das, wie wir das machen, Online-Werbung ist, kann man das halt mitnehmen. Nur du hast auf jede Sache, die du dann machst, einfach einen viel höheren Effekt, weil die Leute plötzlich nicht mehr nur sind, ach ja, okay, die schon wieder, sondern die assoziieren wirklich was mit dir. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich will jetzt auch gar nicht so tief reingehen, weil genau dafür haben wir jetzt was gemacht, erstmalig auch muss ich sagen, dass wir nämlich was, dass wir mit unseren Partnern normalerweise in der Zusammenarbeit entwickeln, jetzt in der Do-It-Yourself-Variante einmal zur Verfügung stellen. Und zwar, das ist ein Kurs, beziehungsweise, wir sagen mal, ein Online-Training, und zwar starke Marke im Handwerk aufbauen. Da erklären wir genau schrittweise, wie du eine starke Marke aufbaust, wie du für dich die Sachen rausarbeitest, die zu dir passen, die nicht zu dir passen, und damit die Leute abholst, die für dich halt geeignet sind. Und das hat verschiedene Vorteile. Zum einen hat das den Vorteil, dass du natürlich nur noch Leute abholst, die genau zu dir passen, ist logisch. Das heißt, die Werbung, die du eh schon machst, hat einen höheren Effekt, egal was für eine Werbung das ist. Du wirst viel einfache Leute abholen können, du wirst höhere Preise durchsetzen können, weil die 3 Euro, 4 Euro mehr Stunden lohnen, juckt dann niemand mehr, wenn die dafür genau wissen, hey, ich mache es bei dem Unternehmen, was für XYZ halt steht, was auch immer das dann ist. Und wir bringen da auch Beispiele aus dem Handwerk, auch Beispiele, die wir selber aufgebaut haben, wo du wirklich siehst, okay, das Unternehmen war davor so, dann mit der Marke ist es dahin gekommen. Und das sind Sachen, die für dich natürlich sehr einfach umsetzbar dann sind. Das sind verschiedene Beispiele aus verschiedenen Branchen, wahrscheinlich auch deine Branchen dabei, ich kann es nicht garantieren, ich weiß nicht, in welcher Branche du bist, aber es sind verschiedene Branchen mit dabei. Wir erklären es wirklich schrittbar, es sind Checklisten dabei, die gehst du einfach für dich durch, danach hast du ein genaues Bild, wie du das machen kannst und dann guckst du einfach, okay, wie kann ich das auf den Kanälen, wo ich eh schon werbe, jetzt mit unterbringen. Das ist sehr, sehr einfach in der Grundidee. Und wenn du sagst, okay, danach, du hast Bock auch mit uns was zu machen, dann können wir natürlich auch dir helfen, diese Marke bekannter zu machen. Aber erstmal geht es um den Aufbau der Marke, weil der Aufbau, das ist das Kernelement. Wenn der Aufbau nicht steht, dann hast du einfach ein Problem, weil dann wird halt alles, was du machst, selbst Werbung nach außen, selbst effiziente Werbung wird halt vergleichbar sein. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. In dem Sinne, das Ganze ist aktuell zum, ja, ich sag mal, Starter-Rabatt, es ist verfügbar, also es kostet aktuell 20 Euro, es wird später wahrscheinlich um die 80, 90, vielleicht 100 kosten, vielleicht noch mehr. Hängt so ein bisschen davon ab, wie generell das Ganze im Markt ankommt. Also aktuell sehr gut, muss ich sagen. Aber wir wollen natürlich auch Feedback haben, bedeutet, deswegen geben wir jetzt gerade einen sehr günstigen Preis raus, dass du einfach schauen kannst, okay, wie ist das Ganze, findest du cool, gibst uns Feedback, was wir noch besser machen können, dann wird der Kurs noch besser und dann wird auch teurer ansprechen. Also hol dir das Ganze jetzt, es kostet einmalig 20 Euro und hast du dann Zugang drauf, den du nutzen kannst und kannst damit deine Marke auch selber kreieren und damit dann natürlich auch im zweiten Schritt werben nach außen. Und das muss das Ziel sein, finde ich. Das sollte das Ziel von dir in Handwerksbetrieb sein, dass jeder für was steht. Und wie gesagt, da nimmt sich auch keiner dann krass Kunden weg oder so, sondern es ist wirklich so, dass jeder am Kunden eine eigene Marke sein kann in der Region. Und die Kunden können sich viel besser entscheiden, wo gehen sie hin und zahlen gerne mehr Geld dafür, weil es halt nicht mehr nur eine austauschbare Dienstleistung ist, sondern ein Gefühl, was ich damit, eine Lebensweise, die ich damit vermittle. In dem Sinne, du weißt, wir pitchen relativ wenig, aber in dem Fall macht es einfach übel Sinn, hol dir das Ganze. Wie gesagt, aktuell ist es noch im Super-Sonder-Starter-Angebot, wie auch man das nennen möchte, für, ich glaube, 19 Euro sind es verfügbar. In dem Sinne wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit, bis zum nächsten Video und hau rein!